Du wünschst dir nicht nur schmerzfreie, sondern auch stabile Knie? Dann sind die drei jetzt folgenden Übungen für dich genau richtig. Ok, da Wissen ja bekannterweise macht es und zu verstehen wie dein Körper funktioniert besonders wichtig ist, gibt es erstmal wertvolles Theoriewissen vorneweg und danach kommen dann die Übungen. Knieschmerzen haben ihre Ursache oft eine Etage drüber, also im Hüftgelenk und das liegt daran, dass die Hüfte entweder nicht mobil genug ist und das Knie das Ganze dann kompensieren muss oder die Hüftmuskulatur ist zu schwach, was sich dann negativ auf die gesamte Beinachse und somit aufs Knie auswirkt. Unter anderem deshalb arbeiten wir in unserem Online-Trainingssystem schon im ersten Programm, das heißt einfach beweglich, Mobility für Anfänger, schwerpunktmäßig an der Hüfte. Wer schmerzfreie und starke Knie haben will, muss aber auch lokal, also direkt an den Knien arbeiten und sicherstellen, dass sie strong und flex sind, also stark und beweglich. Und genau das erreichen wir mit den jetzt folgenden Übungen. So, Übung Nummer eins und wir sind schon wieder in der Hocke. Verdammte Axt, muss man bei strong und flex denn ständig in die Hocke? Ja, muss man. Warum machen wir das eigentlich? Warum sind wir so viel hier unten? Wir haben ein aus unserer Sicht sehr wertvolles Video gemacht, worin wir erklären, warum die Hocke so wichtig ist. Das verlinken wir einfach hier oben, beziehungsweise im angepinnten Kommentar wird das nochmal verlinkt. Die Sache ist die, wir sind in unserem Alltag ja meistens oberhalb eines 90-Grad-Knie-Winkels. Wenn ich jetzt gehe, wenn ich mich auf den nachweislich ungesunden Stuhl setze, bei 90 Grad ist Schluss. Das heißt, da oben bin ich halbwegs stark, aber unterhalb von 90 Grad, vor allem jetzt hier in der Endposition, in der Hocke mit Fersen unten, da bin ich dann schwach und genau daran werden wir jetzt arbeiten. Keine Sorge, wenn du jetzt nicht mit Fersen unten hocken kannst, dann lässt du die Fersen jetzt einfach ein bisschen in der Luft bei der ersten Übung. Bei den folgenden Übungen sind sie sowieso in der Luft, ja, aber arbeite daran, ja, wenn du das mit Sinn und Verstand machen willst, durchlauf unser Online-Trainingssystem, starte mit Mobility für Anfänger und da wird dann massiv eine Hocke. So, bei der ersten Übung wäre es natürlich traumhaft, wenn wir in der Startposition die Fersen unten hätten, ansonsten eben Fersen leicht hoch, ist kein Problem. Die Arme starten vorne und ich führe die Arme nach hinten und die Knie möglichst kontrolliert zum Boden und dann komme ich wieder zurück auf Start. Das wird den meisten ein bisschen schwer fallen, deshalb kannst du jederzeit dich auch abstützen, also vor allem jetzt ab diesem Punkt einfach leicht mit den Fingerspitzen aufsetzen, Knie suchen den Boden. Wenn es geht, wenn die Füße zu fest sind, die Zehen nicht beweglich genug sind, dann musst du eben ein bisschen früher umkehren, auch kein Problem. Dann kommst du wieder zurück, führst die Arme nach vorn. Es geht ein bisschen leichter, wenn wir etwas schneller unterwegs sind, ein bisschen dynamisch unterwegs sind, ja, dann ist mit der Balance einfach nicht so schwer, aber in dem Moment, wo wir die Hände aufsetzen, geht's. Mach davon zehn Wiederholungen und dann geht's weiter mit der nächsten Übung. Da kommen wir jetzt hoch auf die Zehenspitzen und ich kann hier auch in der etwas leichteren Variante mich ein bisschen assistieren. Ich setze die Fingerspitzen auf und tippe jetzt einmal hier mit dem Fuß an. Das heißt, es ist für den Moment meine ganze Last im linken Knie. Ich hole das rechte Bein rein, setze um und mache das Gleiche auf der anderen Seite. Immer wechselseitig und wenn ich besser bin, dann kann ich das auch wieder frei machen, also ohne mich abzustützen. Da würde ich jetzt auch mal fünf auf jeder Seite machen, womit wir schon bei Übung drei sind und sind schon in der richtigen Ausgangsposition. Die Fersen sind oben und hier wippen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen ins Gewebe, in die Strukturen hinein. Das kannst du jetzt für 30 bis 60 Sekunden machen oder auch einfach mitzählen. Wer jetzt fortgeschritten ist und wirklich schon starke Knie hat, der könnte hier auch anfangen, mal ein bisschen in diese Position wirklich rein zu hüpfen. Das wäre dann ein Durchgang und dann geht es weiter mit Durchgang zwei. Dann kommt wieder unsere Übung eins. Zehn Wiederholungen. Übung zwei. Fünfmal auf jeder Seite und dann wieder ein bisschen Federn. Und davon würde ich drei Durchgänge machen. So, jetzt bin ich gespannt, was du von diesem spaßigen Set für die Knie hältst. Gib mir gerne Feedback. Stell gerne Fragen rund ums Knie. Wir versuchen die immer nach Leibeskräften zu beantworten. Gib gerne ein Däumchen nach oben für das Video. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.